Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online und zwar in drei Minuten. Ja, wir haben hier die Kanonikerin Valasa, die will nochmal mit uns reden. Fürst Vivek stehe mir bei. Das war Azura, die Königin des Nachthimmels. Und ihr, sie hat euch direkt angesprochen, Fremdländerin. Ich bin überrascht, dass die Dädrische Fürstin Fürst Viveks Zorn riskieren würde, um eine Prophezeiung auszusprechen. Doch sie meinte, ihr wärt hier, um uns zu helfen. Okay, was ist hier gerade geschehen? Die Dädra Fürstin Azura hat Besitz von dieser Frau ergriffen und durch sie gesprochen. Ich habe natürlich schon von solchen Fällen gehört, aber so etwas mitzuerleben. Sie sagte, etwas Böses würde über das Land griechen. Ich frage mich, ob es etwas damit zu tun hat, was wir im Grab mal gesehen haben. Erzählt mir von eurer Mission am Grab mal. Wir brauchten Hilfe bei einer Sache, die Fürst Vivek betrifft. Ich habe konkrete Fragen erhalten, die ich stellen sollte, während Levule sich auf die Beschwörung seiner Ahnen konzentrierte. Die Dädra haben diese Pläne zunichte gemacht, als sie über Urn sie herfielen und wir die Flucht ergreifen mussten. Dädra? Abscheuliche Kreaturen aus dem Reich des Vergessens. Man hört gelegentlich von einem Geist oder einem Vampirnest, aber niemals von Dädra. Bitte, falls sie immer noch dort sind, werden sie Kanoniker Levule in Stücke reißen. Er ist ganz sicher kein Krieger. Schaut euch nur an, was sie der Kriegswappenträgerin angetan haben. Was ist ein Kriegswappenträger? Die Kriegswappenträger stellen einen der militärischen Orden im Tempel des Tribunals dar. Sie wollen Fürst Viveks Beispiel in Taten und Worten nachfolgen. Arme Uhren sie. Die Monster stürzen sich direkt auf sie. Ihr Blut ran wie Lava vom Roten Berg. Der Rote Berg? Woher kommt ihr? Die Kinder hören schon vom Roten Berg, bevor sie überhaupt nur vom Flynn kosten. Der Berg liegt mitten auf Wadenfell. Gelegentlich zuckt er wie ein schlafender Nix, der sein Bein schüttelt. Doch in letzter Zeit scheint er aus seinem langen Schlummer zu erwachen. Erzähl mir mehr über Azura. Azura ist die grausame, aber weise, dädrische Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung. Sie ist eine der guten Dädra, was das auch immer heißen mag. Doch dass sie bereit war, durch eine Unschuldige zu sprechen, bedeutet, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Warum sonst sollte sie riskieren, Fürst Viveks Zorn auf sich zu ziehen? Fürst Vivek und Azura mögen sich nicht? Was bringt man euch denn dort bei, wo ihr herkommt? Fürst Vivek ist ein lebender Gott. Azura ist nur die Erwartung von Sotasil. Vivek steht für Gegenwart und Zukunft. Wohingegen Azura ganz klar für Wadenfells Vergangenheit steht. Also nein, sie mögen sich nicht. Gut, das war es schon wieder von dieser Folge. Macht's gut da rein. Vielen Dank für das Zusehen. Bis morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.